Der Luftwäscher W2255A dient zur Befeuchtung und Reinigung der Raumluft und zeichnet sich speziell durch folgende Funktionen aus. Automatische Abschaltung bei zu geringem Wasserstand. Zwei Leistungsstufen. Das Luftwäschersystem führt die trockene Luft durch die Befeuchterscheiben und gibt sie optimal befeuchtet an die Raumluft ab. Somit wird der Raum auf natürliche Art und Weise von Verunreinigungen wie zum Beispiel Staub, Pollen und partikelgebundenen Gerüchen befreit. Die optimale Wasserreinhaltung wird durch den neu entwickelten IONIQ Silverstick gewährleistet. Die Bedienung ist denkbar einfach. Der Luftwäscher verfügt über zwei Leistungsstufen für Nacht- und Normalbetrieb. Das Oberteil kann einfach von der Bodenwanne abgehoben werden. Genauso wie die Befeuchterscheiben und der Wassertank. Am Boden der Wanne ist der neu entwickelte IONIQ Silverstick, kurz ISS, positioniert. Dieser muss jede Saison ersetzt werden. Bei Unterschreiten des minimalen Wasserstandes schaltet das Gerät automatisch aus. Die LED leuchtet rot. Wird Wasser nachgefüllt, setzt das Gerät den Betrieb fort. Die LED leuchtet wieder grün. Die Reinigung ist einfach. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel. Entfernen Sie Wassertank und Abdeckung und entnehmen Sie den IONIQ Silverstick. Zur Reinigung empfehlen wir ausschließlich das speziell für Luftbefeuchter entwickelte Kalk-Off. Vermischen Sie das Entkalkungsmittel Kalk-Off mit sauberem und heißem Wasser. Eine Packung auf einen Liter. Befüllen Sie nun die Wanne mit der Reinigungsmischung und lassen Sie sie einwirken. Auch der Wassertank lässt sich sehr gründlich mit Kalk-Off reinigen. In der Zwischenzeit die Befeuchterscheiben immer wieder bewegen. Für alle sichtbaren Elemente ist das Mikrofasertuch zur Reinigung die beste Option. Die Wanne kann nun nach einer einstündigen Einwirkzeit gereinigt und ausgespült werden. Spülen Sie nun die Einzelteile mit klarem Wasser ab. Nach dem Zusammenbau kann der W 2255A wieder mit Wasser befüllt werden.